Herzlich Willkommen zu diesem Produktvideo der C3 Prozess- und Analysentechnik. Mein Name ist Peter Plenk und ich stelle Ihnen heute den Genolight von Spex vor. Der Genolight, den Sie hier neben mir auf dem Tisch sehen, ist für die Probenvorbereitung im biologischen Labor, wenn Sie wenig bis mittleren Durchsatz haben. Typische Proben sind also Gewebe jeglicher Art, Pflanzen oder Teile davon, Zell-Suspensionen oder auch Pharmazeutika. Weil man mitunter nicht von jeder Probe endlos Probenmaterial zur Verfügung hat oder eben für die nachgeschaltete Analytik nur geringe Mengen benötigt, sind Halter und Probengefäße in verschiedenen Größen erhältlich. Wir haben hier 2 Milliliter, 5 Milliliter, 7 Milliliter und 12 Milliliter Gefäße zur Verfügung. Nun, die Bedienung des Genolight ist denkbar einfach. Nachdem Sie Ihre Probe in den dazugehörigen Halter eingelegt haben und die Probenhalteklammer arretiert haben, programmieren Sie die Laufzeit, die Geschwindigkeit, die Pausenzeit, die Anzahl der Zyklen und drücken auf Start. Nach dem Malvorgang öffnen Sie die Probenhalteklammer und können sofort mit den Proben weiterarbeiten. Nun, nicht jede Probe ist so leicht und einfach zu handhaben. Wie zum Beispiel pflanzliche Proben. Vielleicht möchten Sie Ihre Proben ja auch gekühlt halten, weil Sie DNA extrahieren müssen. Auch hierfür haben wir eine Lösung, nämlich den Genolight 1210. Dieser kann an einen Thermostaten angeschlossen werden, wodurch Sie Ihre empfindlichen Proben dauerhaft auf einer Temperatur zwischen 0 und 10 Grad gekühlt halten können. Sollten Sie in Ihrem Labor deutlich mehr Durchsatz haben, als wie mit dem Genolight zu bewältigen ist, so haben wir hierfür noch unseren Mini-G, beziehungsweise den Genobrinder im Sortiment. Wie Sie sehen, ein kleines Gerät, das viel kann und auf jedem Laborarbeitstisch Platz findet. Sollten Sie noch Fragen zum Gerät haben, dann rufen Sie uns einfach an. Wie Sie sehen, ein kleines Gerät haben. Wir sehen, wie Sie schon wiederholzen können, wir sehen, wie Sie eine Vielen Dank.